Engagierte Bürger, private Initiativen, oft sehr kleine Gruppen, leisten einen enormen Beitrag dazu, die Welt besser zu machen. Sie sind oft schneller, zupackender, erfolgreicher als Riesenbürokratien und gewaltige Konferenzen, wenn es darum geht, den Handel mit Blutdiamanten zu verhindern oder die Regenwälder zu schützen, Kinderarbeit zu ächten oder großen Unternehmen auf die Finger zu sehen. Jutta Sonnewald berichtet nun wie Glencore, ein von vielen Organisationen misstrauisch beobachteter Rohstoffkonzern, mithilfe schweizerischen Rechts verhindert, dass eine deutsche Organisation in Deutschland ausspricht, was sie nach deutschem Recht hier wohl sagen dürfte. Die Mine Tintaya in der peruanischen Provinz Espina. Seit über 30 Jahren wird hier Kupfer abgebaut, seit drei Jahren durch den Schweizer Rohstoffkonzern Glencore. Der Rohstoff-Multi steht dafür heftig in der Kritik. Die Einwohner rund um die Mine klagen, das Wasser im Umfeld sei hochgradig mit Schwermetallen belastet. Es gibt überhaupt kein Leben mehr an diesem Ort, meiner Heimat. Aber die Minengesellschaft leugnet das. Wir haben alle Krankheiten, mir schmerzen die Knochen. Das war vorher nicht so. Menschenrechtsorganisationen werfen Glencore auch in anderen Entwicklungsländern Umweltverschmutzung, Gesundheitsschädigung, Menschenrechtsverletzungen und Korruption vor. Die Ratingagentur RepRisk, die Unternehmen nach ökologischen Kriterien untersucht und bewertet, hat eine Liste der zehn risikoreichsten Bergbau- und Minenkonzerne erstellt. Glencore steht dabei auf Platz vier. Die Berliner Nichtregierungsorganisation Facing Finance hat deutsche Banken in einer Pressemitteilung aufgerufen, Konzerne wie Glencore, die gegen soziale und ökologische Standards verstoßen, nicht zu finanzieren. Der Schweizer Rohstoffriese reagierte mit Nachdruck. Der Boykottaufruf sei rechtswidrig und schade dem Image des Unternehmens. Facing Finance müsse unverzüglich all diese pauschalen und unbelegten Vorwürfe von ihrer Webseite entfernen, sonst drohe Schadensersatz. Ja, wir haben die Presseerklärung aus dem Netz genommen, weil wir uns bedroht fühlen in unserer wirtschaftlichen Existenz. Das kann man, glaube ich, so sagen. Wir sind eine kleine NGO, die sehr engagiert arbeitet und die einfach große, teure Prozesse scheut. Wir wissen von Schweizer Kolleginnen und Kollegen, die ähnliche Briefe, wie wir, erhalten haben. Der Riese Glencore sieht sich zu Unrecht von der kleinen Nichtregierungsorganisation an den Pranger gestellt. Zur Löschung dieser Aufrufe gebeten wurden sie deshalb, weil diese Aufrufe jeglicher sachlichen Grundlage entbehren und auf alten, aber unbewiesenen Vorwürfen und Vorurteilen beruhen. Von einer Einschüchterungspolitik kann keine Rede sein. Facing Finance behauptet, seine Vorwürfe gegen Glencore hieb- und stichfest beweisen zu können und beruft sich auf den deutschen BGH, der einen Boykottaufruf als geschützte Meinungsäußerung wertet, wenn er der Sorge um Belange der Allgemeinheit dient. Glencore dagegen beruft sich auf das schweizerische Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb. Der Unterschied liegt zwischen dem deutschen und Schweizer Recht darin, dass nach Schweizer Recht das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, das ein griffigeres Instrument ist, Dinge zu untersagen, die einem nicht passen, in der Schweiz auch gegen Journalisten oder gegen Dritte Anwendung findet, wohingegen das in Deutschland nur gegen Wettbewerber Anwendung findet. Das heißt, käme es zu einem Rechtsstreit, hätte Glencore die bessere Ausgangsposition. Doch der Rohstoff-Multi versichert, er wolle nicht gegen die Berliner Menschenrechtsorganisation vor Gericht ziehen. Nach dem Säbelrasseln will sich Glencore mit Facing Finance an einen Tisch setzen. Thomas Küchenmeister aber wird das Gefühl nicht los, dass der Rohstoff-Multi, gestützt auch durch Schweizer Recht, weiter am längeren Hebel sitzt.